hallo willkommen zurück zum minecraft explorer und hier zerfällt gerade der baum glücklicherweise vor unseren füßen und wir wollen einfach ein bisschen holz abwerfen ich habe das gefühl dass da in der kohle noch ein klitzekleines stück ja ich sehe schon da befindet sich ein bisschen holz und das wird die ganze der landschaft hier im grund und boden ruinieren wir werden hier unser haus ich hoffe mal von der außenseite wenigstens fertig machen klar innen noch nicht ganz so und die uhr sollte man auch immer parat haben und einschalten ich brauche eine ganze menge holz also nicht nur wegen den außensache sondern auch wegen der innenbibliothekseinrichtung die wir da noch anrichten kann da habe ich mir auch ein bisschen was noch zusätzlich gedacht was man machen kann ein bisschen in eine richtung ein bisschen schöner stil mal gucken ob das alles klappt ist jetzt sowas von hässlich da wollte ich mir doch nicht jetzt anbieten oder gut dann machen wir es so weg mit dir weg mit dir weg mit dir jetzt müsste es auch zerfallen dann müssen wir den oben diesen block da allein lassen können wir nichts machen ruckel hallo klar was denn los mit dem minecraft ist noch nicht ganz wach geworden heute scheint so wohl ist doch spät warum ist mein kopf noch nicht wach in skandinavien müsste jetzt auch ja da ist bestimmt stumm stockduster finster wie ich die da kenne aufgrund des breiten gerades aber okay bei mir ist auch nicht gerade hell da kann das passieren und ja wir haben hier ganze menge viele bäume die sich alle erfreuen endlich mal wieder abgeholzt zu werden ich werde mal so lange machen bis meine komische aktie kaputt ist damit ich hier ja wir anschließend mal wieder neue bauen kann ich irgendwelche fehler gemacht habe beim holz obwohl ich lass mal wir haben wir dann in der zwischenzeit sammeln auch doch gar nicht so wenig gut dann wenn wir jetzt noch eine kleine runde förster spielen damit wir nächstes mal auch wieder bäume haben so die nehmen mit noch mehr da war noch paar 18 habe ich auch vergessen immer damit die verstecken sich anscheinend immer noch monster kurz unter der oberfläche jungs ich sehe ich sowieso oder ich nicht schatten das regnet werden wahrscheinlich irgendwelche fliecher wieder unter der sporn mann 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 so schönen landschaften kann man einfach dadurch so was von ruinieren und ja ich würde sagen wir gleich noch ein bisschen zuckerrohr ernten da habe ich den 16 pro jungs besetzt länger oder hier noch welche hin und so brokkoli weggeschmissen und jetzt noch auf zum und jetzt noch hier drüben hier unten wie ich sehe wird da gleich eh wieder dunkel ich hasse das immer dieses druck ich will nicht dass es druck wird oh gott das war zu viel so ups soll jedes ab wann ich glaube der dieses feld ist noch ein bisschen größer als das andere gut dann brauchen wir erst mal halb steps denn diese noch übrig geblieben hier konkret jetzt noch nicht voll konkret muss ich mal gucken wie viel habe ich denn der anderen seite gebaut ich glaube zwei waren das genau zwei das machen wir hier noch mal zwei rein normalen stein das war auch das holz da drin egal jetzt so zwei rein und jetzt beginnt das spielchen mit den halb stein aber da müssen wir oder halb holz halb holz müssen wir hier reingehen gucken ob wir schon schlafen können ja klappt sehr schön dann ein schläfchen gehalten und gleich produziert noch mal so noch wenigstens für den moment gut das wieder rein das rein das rein wo erstmal nicht iron kann auch rein gut eine piste sind auch weg okay dann ist man das so weit ich machen und so weiß man genug und ja auch noch ein bisschen mehr so oder wird schon zu viel werden aber erstmal noch mal so 48 ja ich glaube wir brauchen doch noch ein bisschen mehr okay jetzt haben wir 64 plus 8 erst mal weiter ein bisschen bauen raus hier genau die aber da war eine besondere abgrenzung eigentlich noch nicht wirklich so ich würde dann hier machen wir die abgrenzung dann hier land okay so und dann muss ich mal schauen wie viel haben wir hier rüber gesetzt waren das vier stück ja vier stück dann machen wir auch hier 4 1 2 3 1 ja das ist 1 2 3 4 okay und damit wir hier den rahmen haben holen wir uns erstmal hier den rahmen hin würde ich sagen auch das hier kommt auch weg sehr schön okay ich glaube ich habe gerade zu weit gebaut aber ist egal das kann man korrigieren ich war genau richtig sehr schön das aber drei und nicht wir was baue ich denn hier schon wieder vermisst ich weiß es nicht ja jetzt geht es natürlich kaputt super und ich habe mein ganzes kabel sturm weggepackt und auch nackst gebaut zack 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 rein mit ihr sehr schön ok so kleinen moment pause und weiter geht's wenigstens daran gedacht immer diese asynchronität die man erbt ist ja schon so spät ich bin bei der zweiten folge und heute wird wieder weniger parts aufgenommen insgesamt bisschen ärgerlich aber egal weniger zum rendern ha 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 mal gucken ob ich anschließend mal alarmstufe rot aufnehmen oder mich das einfach wieder frustriert dass man hier über dem spiel dauernd immer wieder neu laden muss weil schnell abstürzt gut wir machen erstmal hier oben 2 hin war doch genau hier das ist doch bloß 1 hoch nie 2 hoch 2 hoch 2 hoch uh das könnte eng werden das das ha ha ok aber naja warum nicht ich mach mal es geht ja auch ein bisschen um die optik heute war so per optiker schöner beruf optiker so dann machen wir hier gleich zweierrand das wird aber noch nicht ausreichen dann die werdet ihr gleich sehen ok dann werden wir das hier nochmal ey ja doch war richtig verdammt ich dachte ich kann rummeckern aber war richtig so müssen wir das hier noch ausfüllen äh und wir haben nicht genug holz nehmen wir erstmal kurz zack zack und auf mit dem rest ich noch ja ja so und jetzt muss ich nämlich überlegen wie ich es am besten mache es wirkt jetzt äh nämlich wir bauen noch höher jetzt erst müssen wir hier drunter wahrscheinlich beleuchtung machen weil sonst wieder irgendwelche viecher spawnen auf die ich keinen bock habe also zack zack das müsste ausreichen sonst überlege ich wie weit wir so das ist die mitte das ist die mitte und wenn wir jetzt äh so 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 müsste gehen ok machen wir das so 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 ok natürlich müssen wir das alles dann noch ein bisschen höher bauen hier aber das machen wir gleich mal äh gleich anschließend meine ich damit come on jetzt du bist ja okay und ich ich muss da gerade mal hey hey kater lass das sein du sollst du nicht kratzen dauern man mann 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 immer dieser kleine ritzer mann der soll sich mal in ruhe lassen ich weiß nicht was damit los ist teilweise kleine zicke hier ok ah seh mal an ich glaub ich hab die zu weit gebaut auch weil das ja der rahmen ist ist das schwachsinnig wenn hier auch dieses material ist das 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 die das ist das das ist es so gut haben wir noch keine glasscheiben die brauchen wir dann schließlich noch das alles noch ein bisschen besser aussieht ja das können wir jetzt alles so machen so schnell alles ein bisschen hingezaubert ohne probleme noch einen schönen rand hier bei gezaubert so weiß gar nicht wie habe ich es da gemacht kurz schauen ja rennen kannst du auch gerne mal mit treppen rennen hat er nicht so ist ein bisschen ermüden für ihn anscheinend gut jetzt müssen wir das auch ein bisschen rum herum machen mit den scheiben aber so ungefähr sieht es aus dann kommt man hier lang wie gesagt hatte ich hier so eine art wohnflächen das ist ja die sache dass man hier noch eine art wohnflächen hat das hier werden wir gleich zustopfen so und jetzt wird hier rum herum glas erzeugt ja ihr habt richtig gehört dann wird hier ein dach aufgebaut könnt ihr euch auch gespannt machen und ich überlege ob ich das hier als terrasse ausübe oder ob ich ja auch glas hin mache das wird hier noch eine interessante sache nur damit ihr wisst was sie ansteht und hey vielleicht man gar nicht so schlechten blick von ist auf die fläche lieber aber das erst mal zum haus ich würde mal sagen damit wir nicht die ganze zeit außen arbeiten nicht versprochen habe so viel noch im inzuarbeiten werden wir es auch nächstes mal machen mit in und das ding ist ja auch riesig geworden vergleich zu den anderen weil nur lass uns noch mal kurz was sammeln melonen melons mein melons meine melons wo seid ihr melons melons lecker immer gut um sie auch mal vegetarische minecraft zu ernähren so und normal kann man damit machen nicht wirklich finde ich zumindest damit schnell ja ja ich weiß nicht und dann noch mal schnell ins bett aber dann ist auch schluss für uns heute denn wir ja ich höre schon die latschen wiederum ok los runter mit uns runter und ja dann gute nacht euch allen wie sie uns morgen wieder bis dahin tschau